Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest der Hammer von Katskowod. Anzunehmen ist die Quest beim schwebenden Hammer von Katskowod in der Instanz Neltavion Sword. Nachdem ihr Dargul, der Wunderkönig, besiegt habt, das ist der Endpost von dieser Instanz, hierbei muss ich in Dalaran den zentraler Teleporter benutzen und den Hammer dann in der Equin Scalery platzieren. Ich nehme die Quest gleich mal an und benutze meinen Dalaran Ruhestein. Dann, wie in der Quest steht, muss ich hier den zentralen Teleporter benutzen. Hier ist auch schon der Fragezeichen, genau, das Fragezeichen und hier ist die Quest abzugeben. Ich hoffe ich konnte euch helfen. Tschüss.